Wenn Sie gerne sportlich fahren, sollten Sie sich diesen Ford aus dem Baujahr 2010 einmal etwas genauer ansehen. Der leistungsstarke Dieselmotor dieses Autos ist an ein manuelles Getriebe gekoppelt. In diesem sportlichen Ford finden Sie verschiedene komfortable Extras wie Sportsitze, eine Klimaanlage und einen Bordcomputer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017